Was ist die Technologie für die Technologie? Wenn man vor Preda steht, sieht man eine wirklich schöne Keramik. Sie ist leicht, sie ist elegant, sie benutzt wesentlich weniger Keramik als viele andere und fügt sich perfekt in den architektonischen Raum ein. Was man nicht sieht, das ist das wirklich Besondere, was man nicht sieht, ist all die Technologie, all die Patente, all die Innovationen, die eingebaut sind. Die ist erlaubt, dieses Produkt einfach einzubauen, die ist erlaubt, dieses Produkt einfach zu warten. Man muss es nicht von der Wand wegnehmen. Die ist erlaubt, zwischen Wasser gespült und wasserlos zu wählen. All diese Innovationen, die Flexibilität, die heißt, dass dieses Produkt immer funktionsbereit ist, sich weniger verdreckt, all diese Innovationen, diese sieht man nicht, wenn man daran steht. Aber für mich als Designer ist natürlich schon wichtig, dass das, was das vor der Wand hängt, im Raum nachher perfekt aussieht.